Ich werde mir jetzt auch die Beine hochlegen und war ein bisschen entspannt. Wir haben jetzt hier die Reaktion mit anguckt. Nach so einem krassen Stream heute ist es ja auch gut. Ich habe damals ein Video gemacht, in dem ich Monte angeboten habe, sich mit mir auszusprechen. Leider hat mich Monte immer noch überall blockiert. Es gibt keine Option, mich unter vier Augen mit ihm zu unterhalten. Und genau deswegen kommt jetzt dieses Video hier. Denn in jüngster Vergangenheit hat Monte nicht nur einmal ziemlich komische Sachen erzählt, hinter denen ich wirklich gar nicht stehe. Nein, er schuldet scheinbar auch meinen Casino-Freunden Skirros und Orange-Morange jede Menge Geld und möchte dieses offenbar auch nicht zahlen oder will davon nichts mitbekommen haben. Hä? Also ich habe das in meinem Chat gemerkt, weil ich der Casino-Bubble natürlich nicht auf Twitter folge. Und deswegen habe ich das nur so sekundär mitbekommen, dass da irgendwas für Gambling verliehen wurde. Keine Ahnung. Also wirklich keine Ahnung. Glaubt mir, ich bin wirklich der Allerletzte, der irgendwie Skirros oder Orange-Morange cool findet oder mit denen wirklich abhängen will. Aber mein Gerechtigkeitssinn sagt mir gerade eben, dass ich diese beiden definitiv in diesem Fall in Schutz nehmen muss. Also es gibt eine Menge Gerechtigkeitssinn. Aber mein Gerechtigkeitssinn sagt, wenn der 15.000 Euro von seinem Gambling-Geld irgendjemand anders gegeben hat, dann war das ja immerhin nicht sein Gambling-Geld, sondern das Gambling-Geld von den Leuten, die das Casino bespielt haben, wovor der ausbezahlt wurde. Also ich weiß jetzt nicht genau, ob man damit moralisch einen Highground hat oder das Gerecht nennt. Also ganz am Ende ... Ja, aber das Geld steht ja trotzdem nicht Monte zu. Wisst ihr, was ich meine? Das gibt ja trotzdem nicht das Recht, das Monte irgendwie das Geld und wenn es schmutziges Casino-Geld von dem verzockten Geld von Skirrus oder Orange Community ist, gibt es ja trotzdem nicht das Recht, dass Monte das behält. Ja, weil es steht ihm ja nichts zu. Das ist ja nichts, was ihm zusteht. Was von Monte wirklich gar nicht geht, wenn das alles stimmen sollte, was sie ihm vorwerfen. Jetzt ist ja dann nichts. Wir gehen aber hier erstmal mit dem Thema Nummer 1 und zwar geht es um die Fußball-WM 2022 in Katar. Und da hat Monte Aussagen gebracht, die wirklich so lost waren, dass ich mich dazu äußern muss. Er hat keine Sklaven gesehen. Grüße an Franz Beckenbauer. Tut mir wirklich leid. Romy, grüß dich. Wie die meisten wahrscheinlich von euch schon wissen, findet die WM in Katar nur statt, in dem bis 2019 ganze 15.000 Menschen für den Aufbau der Infrastruktur in Katar ihr Leben lassen mussten. Es wird außerdem davon ausgegangen, dass die Quote der ungeklärten Todesfälle bei 70% liegt. Hm, hm. In Katar gibt nur alle, dass die Arbeit ... Nur damit ihr wisst, was es bedeutet, 70% ungeklärte Todesfälle. Das bedeutet, es fanden keine Obduktionen statt und es wurde einfach gesagt, ja, die sind an einem Herzfehler gestorben. Das wird einfach in Katar, wird das einfach gemacht. Also es wird nicht aufgeklärt, die Familien, denen wird teilweise nicht Bescheid gegeben, dass der Familienvater gestorben ist. Oder die Frau oder was, weiß ich, die Gastarbeiter, dass die da gestorben sind. Das wird einfach nicht gesagt. Es wird einfach gesagt, ja, er ist an einem natürlichen Tod gestorben, das war's. Und dann werden die halt in das Land wieder tot eingeliefert oder ausgeliefert, sagen wir es mal so. Also das ist so der Fall. Bei 30% wird das gemacht, es wird obduziert, aber ansonsten findet da nichts statt. Und das ist eine absolute Unart, wie ekelhaft das ist, da keine Aufklärung der Familie zu geben. Dass sie ordentlich trauern können, dass sie vielleicht verstehen können, was da überhaupt gerade passiert ist. Ganz, ganz eklig. Da eines natürlichen Todes gestorben sind. Klar. Erschöpfung. Klar. Erschöpfung. Die Kette mit der Eisenkugel, Digga. Ist natürlich Bullshit, denn anhand der Anzahl, wie viele Menschen dort ihr Leben lassen mussten, kann das natürlich kein natürlicher Tod gewesen sein. Wir reden hier eigentlich von Ermordungen. Und obwohl man natürlich wissen sollte, wie unglaublich widerlich Katar mit den Leuten dort umgegangen ist und das Boykottieren der WM ein wirklich wichtiger Schritt ist, gibt es dann trotzdem noch Menschen wie Monte. Er findet nämlich, dass Leute, die sich über die WM beschweren und sie boykottieren, einfach politisch korrekte Arschlöcher sind. Digga. Monte, Diggi. Ach komm, Monty, Sponti. Ey. Ach, komm. Wie ist das so dein... Man muss ja auch mal ganz fairerweise sagen, jetzt Real Talk, ob diese ganzen Arschlöcher, die im Internet einen auf politisch korrekt machen und sagen, hier in Katar gehen die Spiele... Katar übrigens. Äh, 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 die, die, äh, Boytokieren... Wie nennt man das? Das nennt man Boytokieren, Leute. Hashtag Boytokieren, bitte. Entschuld. Ah. Übrigens, 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 Montana Black, 34 Jahre alt. Boytokieren. Wollte ich bloß noch kurz sagen. Digga, apropos Katar, einfach hier intellektueller Weltmeister. Monte, was? Erstmal Boytokieren, Digga. Boykotieren. Die boykottiere ich alle. Äh, ich gucke mir kein Spiel. Das sind die Ersten, das sind die Ersten, die die Spiele gucken. Monte, Digga, jetzt, ich habe auch langsam mal die Schnauze voll von dieser... Oh, geil, geil. Okay, hat die Schnauze voll. Dankeschön für den Subpassi. Ehre. Argumentation. Diese Argumentation schiebt sich durch deinen gesamten Verteidigungsrhythmus. Ich kann die Kacke nicht mehr hören. Bruder, ich sage jetzt mal ein paar Beispiele und dann sagst du mir, ob du das wiedererkennst, ne? So. Also. Leute, die Glücksspiel-Scheiße finden, sind die Ersten, die sich verkaufen würden, wenn sie ein Glücksspiel-Anbot bekommen. Klingt das ähnlich? Digga, das ist doch, was ist das für eine Argumentation? Okay, war ein Beispiel. Das ist eine ganz stümperhafte Verteidigungsblockade im hinteren, vorm Torraum. So, hä? Das ist doch, das ist doch keine, das ist doch kein Argument. Wenn jemand sagt, dass es scheiße ist, dass da Menschen sterben bei dem immensen Infrastrukturaufbau in Katar. Und der sagt, er guckt das deswegen nicht. ist das natürlich erst mal seine Entscheidung und nicht deine Entscheidung. Aber ihm dann vorzuwerfen, zu grundlos, dem Mann oder der Frau vorzuwerfen, zu sagen, ja, ja, der guckt das jetzt aber trotzdem. Ja. Ach komm. Ja, vor allem, weil Monte auch absolut nicht weiß, ob dann die Person das schaut oder nicht. Aber wenigstens äußert sie sich schon mal negativ und wenigstens stellt sie sich schon mal dagegen und sieht das Problem. Währenddessen es Leute gibt, die freuen sich einfach auf die WM am Glühwein stand. So, und die feiern das oder was weiß ich. Keine Ahnung. Also irgendwie, kennt ihr das so? Eigentlich ist das so WM, dann ist Sommer und so und dann bist du schon so hyped auf die WM und tippst so Spiele und hast so richtig Bock und überall sind Sachen von der WM verteilt und eigentlich die WM sieht man überall. So, und beginnt nicht schon bald die WM? Ich hab noch nicht, ich glaub am 19. oder so, ich hab noch nichts hier mitbekommen, dass hier die WM stattfindet. Noch gar nichts. Ich hab absolut, also weder bin ich, hab ich irgendwie ein Gefühl von der WM, wo ich mir so denke, ist cool, hier ist irgendwie, so wenn du außen lang gehst, denkst du nicht, dass eine WM stattfindet? Äh, du hast gar kein Gefühl von WM, also gar kein Gefühl. Das ist, das ist krass. Sonst machst du immer so gehypt, oh geil, endlich geht's los. Ey, jetzt im Juni, Juli oder was weiß ich, jetzt geht's los. Geil, jetzt können wir mitfiebern und draußen sein und was weiß ich, noch grillen und, weißt du, mit der Familie treffen, mit Freunden treffen und das anschauen, Public Viewing und jetzt ist hier gar nichts. Und ich find's gut, also ich find das sehr, sehr gut, dass hier nichts ist und dass sehr wenig drüber geredet wird. Find ich auch sehr gut. Und dass momentan sehr viel über die ganzen Zustände mit Katar und so weiter gesprochen wird. Das find ich super gut, dass momentan viele Reportagen kommen, dass viele kritische Stimmen endlich kommen, dass endlich mal jemand was dazu sagt, find ich absolut grandios. Weil jetzt vielleicht noch mehr Leute sich denken, nee, jetzt erst recht nicht. Also jetzt, nachdem wir alles mitbekommen haben, hab ich keinen Bock drauf. Das Ding ist, das Ding ist, weil Steinadler, grüß dich, weil er grad geschrieben hat, mit WM verpassen und sowas. Ich denke, ich werd auch die WM verpassen. Also, ich persönlich bin abends fast nie anwesend. Entweder bin ich beim Fußballtraining oder ich streame oder ich schau vielleicht eine Serie auf Netflix oder so mit Tina, aber irgendwie, da ist kein, kein Platz für die WM. Also, ich war allein dafür, brauch ich das nicht. Für mich die WM, dieses Jahr, für mich völlig nichtig. Also, völlig, als würde es halt nichts stattfinden. Und, ich wäre, dass so gut es geht, natürlich, wenn wir irgendwo bei der Familie sind und da wird es halt angeschaut, dann schaust es halt mit an. Ui, scheiße. Dann schaust es halt mit an, aber es ist jetzt nicht so, dass ich mich vor den Fernseher setze und mir denke, geil, Alter, jetzt schaue ich mir die WM an. Weil, dieses Jahr ist es mir, also wirklich, absolut Rille. Ich habe auch gar nicht mehr so das Feeling für Fußball. Ich habe wirklich nicht mehr das Feeling für Fußball. Ich hatte damals mal, war ich großer Fußballfan, habe auch viel Fußball gespielt und so. Ich habe weder beim Fußballspielen noch großartig das riesen Feeling für Fußball, noch habe ich sonst irgendwo Feeling für irgendwas für Fußball. Die zweite Bundesliga, erste Bundesliga, also da gucke ich mir vielleicht mal ein paar Highlights an, aber sonst juckt mich das gar nicht. Weil das steht nur noch für politisches Zeug, nur noch für Geld und hat nichts mehr mit Fußball zu tun. Deswegen habe ich schon gar keinen Bock drauf. Und was FIFA dort macht, das ist so korrupt, das habe ich noch nicht in meinem Leben, das ist wirklich die größte, die korrupteste Scheiße, die ich je gesehen habe und deswegen habe ich da keinen Bock drauf. So ein Blossom, Dankeschön für den Sabernstein, Adler. Danke. Kuss auch an dich. Und das muss doch nicht sein. Das muss doch nicht sein. Warum sollte man dem das vorwerfen? Das ist doch einfach nur eine, das ist doch so ein, das ist so eine, das ist so ein Wegkehren von einem validen Argument, so dass, wirklich da, das ist doch, das ist genau dasselbe wie bei der Glücksspiel-Thematik. Bei Glücksspiel ist nämlich die gleiche Argumentation aufgetreten. Wenn da Leute sagen, hey, Glücksspiel ist scheiße, dann hieß es immer, ja, ja, das sind aber die Leute, die zuerst ein Glücksspiel annehmen würden. Und ich denke, oh Gott, aber was, was sagst du damit denn? Du kannst das ja, das ist ja auch kein Beleg, das ist, das ist, damit hast du nur eine schwache Argumentation geschaffen. Ach, nee, ey. Hä? Ja, hä? Dachte ich auch. Ach man. Also, warum sollen die Leute, die aus moralischer Sicht diese WM boykottieren wollen, die Ersten sein, die das anschauen? Das ergibt einfach keinen Sinn, zumal Monte selbst zugegeben hat, dass er einer der Ersten sein wird, der diese WM mitverfolgt. Ähm, ich werde die Spiele ganz normal gucken. Wow, Monte wirklich sehr gewinnbringende Aussagen. Also es ist kein, also das muss man dazu sagen, wenn er sagt, er will die Spiele gucken, ist das halt auch etwas, wo ich sagen kann, ja gut, dann ist das halt so. Aber diese Verteidigung von wegen, Leute, die das nicht machen, sind die, die auch als erstes gucken. Ach so, übrigens ich. Damit habe ich ein Problem. Es ist nicht so, ich habe gegen niemanden etwas, ne, der jetzt auch die WM schaut. Das muss jeder mit sich selbst draus machen, ob er die WM schaut, ob er da ein gutes Gewissen hat oder nicht, oder wie hoch der Stellenwert vom Fußball bei ihm liegt. Ich kann nur für mich sagen, dass ich keine Lust auf die WM habe. Und ich mir, so gut es geht, halt nicht anschauen werde. Dass da mal, wie gesagt, bei der Familie oder so, da mal ein Spiel läuft, kann ich wenig machen. Aber es ist nicht so, ich werde mir nicht freiwillig mir die Zeit nehmen, mich irgendwie vor meinen Fernseher zu setzen, in die WM zu schauen. Was soll denn diese ständige Relativierung von der eigentlichen Problematik? Das verstehe ich nicht. Ich denke nicht, dass man Fußballfans aufzwingen kann. Also ich bin ja grundsätzlich jemand, ich habe überhaupt keine Ahnung von Fußball. Ich weiß kaum, dass da elf Leute auf dem Platz sind oder sowas. Weißt du, in der Mannschaft, weißt du sowas. Da habe ich keine Ahnung von. Aber ich bin auch nicht jemand, der die Zielgruppe ist. Es gibt aber durchaus Fußballfans und Fußballexperten, die sagen, Alter, das ziehe ich mir nicht rein. Das hat auch unterschiedliche Gründe. Zumindest, wenn ich mir das anhöre, dann sagen die ja, das heißt mit der Monetarisierung zu tun, Scheiß auf FIFA, Katar hat betrogen bei der Auslosung. Und das sind nicht nur die Toten, die da eine Rolle spielen, sondern der gesamte Prozess, der gesamte Prozess des Erwerbens dieser WM ist ein Betrug. Richtig. Das wurde ja 2010 festgelegt und abgestimmt und so, dass es Katar ist. Und acht von zwölf Ländern und Parteien haben, soweit ich weiß, waren es acht, haben für Katar abgestimmt. Also so, dass die Mehrheit halt für Katar abgestimmt hat. Völlig irre. Also völlig irre, das so zu machen, weil das ergibt halt keinen Sinn. Was 14 von 20 warst, oder? Lass es 14 von 20 sein. Warum sollte man ein Land, welches null geeignet ist im Sommer, welches als Fußballland null geeignet ist, weil es nicht mal eine wirkliche Fußballmannschaft hat oder nicht mal eine wirkliche Liga hat, weil die viel zu wenig Leute sind, warum sollte das geeignet sein? Also das ist ja schon der erste, ganz klare Fall von das ist korrupt. Aber es wurde ja aufgedeckt, dass es korrupt ist. Also es ist korrupt. Die internen Leute, da haben sich manche dran gewandt und es gab auch Leute, die wurden eingeschleust. Einer, der musste eigentlich ins Gefängnis, aber die haben den genutzt, um den einzuschleusen in dieses System, in dieses FIFA-System. Also die hatten einen Deal ausgehandelt mit der Polizei. Ich glaube, das war in Amerika mit dem FBI oder was weiß ich. Und die haben gesagt, ey, du gehst zu diesem FIFA-Dings, da bist du eh schon drin und spionierst die aus. Und das hat er auch gemacht. Und dadurch kam viel Information noch nochmal ins Tageslicht. Sonst hätte der mehrere Jahre, glaube ich, ins Gefängnis gemusst. Aber so wurde der Deal halt ausgehandelt und dementsprechend hat er praktisch viele Leute verraten, was auch sehr gut ist. Und jetzt ist ein Drittel von den Leuten, die damit abgestimmt haben, ich glaube, ein Drittel davon, die sind im Gefängnis. Kommen auf Betrug. Und das, darauf haben die Leute keinen Bock. Die Leute haben keinen Bock auf dieses zu monetarisierte Gefühl von ihrem Lieblingssport. Und dann sagen die einfach, alter, nee, scheiß auf diese ganzen, scheiß auf die Scheiße, Alter. Gehe ich lieber in ein fucking Lokalstadion oder so ein Scheiß. Ihr urteilt hierbei über Leute, die moralisch gut... Aber nochmal, das kann man niemanden aufzwingen. Was, da musst du mir eine Doku geben. Guck dir einfach alle Teile von WM der Schande von der Sportschau an. Das ist super krass aufgearbeitet. Ich bin noch gar nicht ganz durch. Ich muss noch den letzten Teil schauen, aber da wirst du alles relativ detailliert sehen. Auch eine Familie oder auch eine Frau, die ihren Mann verloren hat und so weiter. Das ist schon sehr traurig und auch interessant aber zu sehen, weil da vieles ans Tageslicht kommt. Du kannst es auch nicht kontrollieren, wenn jemand sagt, er guckt sich das an und dann guckt er sich das halt an. Was soll ich machen? Soll ich dem das Fernseher-Abo kündigen oder was? ... der Absichten haben und bezeichnet diese dann als Abschläger, die ja eigentlich nicht mehr reichen, weil sie im Hintergrund... Axel Zocker, Dankeschön für den Stufe 2, ein Ehrenmann. Vielen Dank, Mann, im 11. Monat, im 11. Trotzdem die WM verfolgen. Fassen gar nicht, ja. Was gibt dir bitte das Recht, so darüber zu urteilen, wenn du dich offensichtlich selbst nicht mal über diese WM informiert hast und das Wort boykottieren nicht aussprechen kannst? Sorry, ganz ehrlich. Hast du genug Geld dazu zu stellen, beweisen? Hast... Was? Was? Hast du genug Geld dazu zu stellen, beweisen? Ich verstehe nicht, was du meinst, Digga. Schreib den Satz nochmal. Da fehlt mir wirklich jegliches Verständnis. Monte hat dann noch gemeint, dass es ja jetzt eh zu spät ist und man daran ja jetzt sowieso nichts mehr ändern kann. Deswegen ist es scheinbar auch okay, diese WM zu schauen. Ja, Chad, nee, was ich damit meine ist, es wird sich nichts daran ändern, ob ihr das Spiel guckt oder nicht. Der Zug ist leider schon abgefahren. Die Dinger wurden gebaut, Menschen sind deswegen leider gestorben. Ja. Ich würde einfach mal behaupten, dass es nichts daran ändern wird, ob ein paar tausend Menschen die Spiele gucken oder ein paar zehntausend Menschen. Ich weiß auch nicht, ob das was ändern wird, aber es geht eher, ich weiß auch nicht. Wir reden aber hier auch nicht von zehntausend oder von tausend oder so. Wir reden hier von potenziell Millionen, die hoffentlich wegfallen werden als Zuschauer. Ich glaube nicht, dass das was ändern wird. Aber es geht ja eher um das Bewusstsein und das Bewusstsein wurde ja gerade auch Leuten abgesprochen. Also hier geht es eher Ah, doch, safe, safe, safe. Also pass auf, ich habe mir noch, weil ich Langeweile hatte, heute habe ich die Wäsche aufgehangen, aber ich musste viel machen, also ich musste viel Wäsche aufhängen heute, habe ich mir noch währenddessen angeschaut. Das war von Markus Lanz. Ich mag den eigentlich nicht so und ich gucke mir das eigentlich nicht ganz so gern an, aber der hatte einen Talk gemacht mit Leuten, die auch beim FIFA, die haben halt über die WM gesprochen. Da war auch Marcel Reif war mit am Start und so, der Kommentator und so. und da wurde auch gesagt, das, was am meisten den Leuten dort verurte oder was am meisten mit schadet, ist, nicht einzuschaden. Die Einschaltquoten, wenn die am wenigsten sind, das würde denen am meisten schaden. Also man würde am meisten bewirken, wenn Einschaltquoten ausfallen. Das bedeutet, wenn du die WM boykottierst und nicht schaust oder nur schaust mit 100 Leuten um dich herum, aber das läuft nur auf einem Monitor und es fehlen dadurch extrem viele Zuschauer, dann hat man damit schon einiges erreicht, weil dann nicht mehr so viel Aufmerksamkeit darauf gerichtet wird. Es geht jetzt eher nicht darum, dass man sagt, okay, das ändert was. Ich glaube auch nicht, dass es was ändert. Okay, cool. Nee, trocken haben wir nicht. Aber hier geht es ja in der direkten Verbindung um die Argumentation davor. Nämlich Leute, die sagen, dass sie es nicht gucken, ihn abzusprechen, dass sie das machen aus der Überzeugung heraus, dass sie das nicht unterstützen wollen. Damit habe ich ein großes Problem. Was soll denn das? Das ist so eine lame Sache. Wenn du das nun guckst oder nicht guckst, okay, die Person, die Sklaven, die das gebaut haben, ist vollkommen weird. Ja, Autokom, hast du genug Geld zu beweisen, was die WM gekauft ist? Das bewiesen schon. Die WM ist gekauft. Gibt es Dokumentationen vom öffentlichen Recht? Heute hat der WM-Beauftragte von Katar gesagt, homosexuelle Menschen sind gestört. Ich weiß. Ja, das habe ich auch gesehen. Auf Instagram habe ich es gesehen. Da wurde ich markiert, weil irgendjemand das auch nicht fassen konnte, dass das gesagt wurde. Ja. Die Leute finden, das ist gestört, wenn man homosexuell ist. Ja. Und noch vor einem halben Jahr oder so hat Infantino, das ist der, das ist der Chef sozusagen von FIFA, hat irgendwie noch gesagt, ja, LGBTQ, das wird kein Problem sein, auch in Katar. Das kriegt man hin bis zur WM. Also wirklich, ich weiß nicht, was mit dem Typen los ist, aber der hat auch ganz schön viel Lack gesoffen. Das war von vornherein klar, dass es nicht so wird, dass LGBTQ erlaubt ist. Oder dass homosexuelle Menschen überhaupt irgendwo ein Mitsprachrecht oder irgendwas haben. Sogar von Netflix gibt es eine Dokumentation. Das ist bewiesen. Ja. Es ist bewiesen. Die Leute wurden verurteilt deswegen sogar schon. Gab Festnahmen in der Schweiz. Lol. Das weißt du nicht? Ja, logisch. Hä? Hä? Da sind Leute im Gefängnis für so. Insider, alles ist, alles veröffentlicht. Also es gibt dann keine, ich muss kein, also um die Antwort zu geben, ich muss kein Geld aufbringen, das zu beweisen. Das ist bewiesen. Es ist bewiesen. Menschen sind in Haft, Whistleblower haben ausgesagt, mehrere Leute haben sich dazu geäußert, Insider haben ausgepackt, Spendenaffären, es ist bewiesen. Korrekt. Was, oder was meinst du? Ich kann dir das auch verlinken. Tatsächlich. Gibt es eine mehrteilige Dokumentation vom ARD? Ich glaube, es sind viele. Was glaubst du, wie viele Menschen hätte Monte von Sean abgehalten, hätte er das Gegenteil gesagt, mit Reiter gegen die WM-FIFA? Boah, das ist schwierig zu sagen, aber er hätte safe auf jeden Fall die Kritik auf Katar gerichtet. Aber was hat er, was hat er gemacht? Er hat nichts gemacht, sondern hat es eher befürwortet, die WM zu schauen. Und dann gesagt, ja, na klar sind da Fehler. Ja, na klar sind das Sachen passiert, die sind uncool. Und er redet das halt so runter. Aber ich gehe davon aus, dass er Menschen auf jeden Fall dazu ermutigt hätte, sich darüber zu informieren und die Leute hätten dann vielleicht gesagt, ich gucke das weniger oder ich gucke das gar nicht. Stattdessen hat er es dafür befeuert, dass es völlig okay ist, die WM zu schauen oder dass es an sich eine ganz normale Sache ist und dieses Jahr wie jede andere WM in Ordnung ist. Das ist das Problem. Es geht darum, dass er es sogar noch befürwortet hat und nicht irgendwie viel dagegen gesagt hat. Und zu sagen, ja, wir brauchen nicht drüber sprechen, dass da auch Fehler passiert sind. Ja, ey, weißt du, wenn das so ein paar Fehler sind oder, weißt du, das Ding ist, man redet das so runter, dass so ein paar, dass da ein paar Leute gestorben sind. Leute, das sind 15.000 junge Menschen gestorben. Wir reden hier von Leuten, die meist zwischen 20 bis 40 Jahren gestorben sind. Das ist kein natürliches Alter, um zu sterben, um an Herzversagen angeblich zu sterben. Ey, es grenzt oder es ist Ermordung. Und es wird als völlig belanglos hingestellt, weil viele Leute denken wahrscheinlich, ah, das ist ja Billigarbeiter hier. Naja, das ist doch nicht so schlimm. Ja, das ist so weit weg von uns, ist uns scheißegal. Weißt du, jeder tote Mensch ist ein toter Mensch zu viel. Und da sind 15 oder potenziell noch viel mehr, das ist bis 2019 wurde die Zahl da geschätzt, auch 15.000. Da sind potenziell bis jetzt 15.000 bis 20.000 Menschen gestorben. Das ist mehr als im Ukraine- und Russlandkrieg. Glaube ich. Ich weiß nicht, wie jetzt die Zahlen sind, aber so war es zumindest. Bis vor ein paar Monaten. Also mehr als in dem Krieg sind dort gestorben. Wahnsinn. Vier Teile FIFA und der Betrugung. Zumindest bis zum Einmal, ja. Haben wir letztens tatsächlich sogar die erste Folge geguckt. Katar, WM der Schande, Episode 1, Sportschau. Sind glaube ich vier oder fünf Episoden. Guckt dir das gerne an. Das ist tatsächlich bewiesen. War es über 200.000, so was, glaube ich, sind in der Ukraine. Ja, ich weiß nicht, wie es jetzt ausschaut, aber bis zum Einmarsch, da hatte ich ein Video gemacht. Ich weiß gar nicht. Hier nicht bis zum Einmarsch. Auch schon. Ja, wir reden jetzt einfach mal bis 2019. Da weiß ich, weil ich damals die Zahlen so gemessen habe, glaube ich, bis 2019 war es so, dass in der Ukraine und dann Bas, diese ganze Geschichte, dass da 12.000 Menschen ums Leben kamen. Ungefähr, nee, 7.000 steht hier gerade. Oder, nee, ich glaube, es waren sogar schon über 10.000. Und in Katar, genau in der Zeit, sind 15.000 Menschen schätzungsweise gestorben. Was halt einfach bedeutet, in dem Krieg sind weniger Menschen gestorben als in Katar. Also, da siehst du auch mal, wie überheftig eigentlich das Problem ist. Und die Leute juckt es einfach nicht. Und die finden das dann völlig okay und die haben dann kein schlechtes Gewissen, die WM zu schauen. ...das Spiel gucken oder nicht. Da hätte schon viel, viel früher was passieren können, dass das alles ziemlich große Kacke ist, was da passiert ist. Da brauchen wir uns nicht drüber streiten. Natürlich ist das ganz große Scheiße, Digga. Und was da für Gesetze in den Ländern zum Teil noch sind, ist auch ganz große Kacke. Was, wie sollen auf einer Baustelle 15k sterben? Also erstmal, es ist nicht eine kleine Baustelle, sondern wir reden hier von, dass 150 Milliarden Euro dafür investiert wurden, um Stadien, um die ganze Infrastruktur mit Läden und so weiter zu bauen. Also, wir reden hier von riesigen, da wird wie eine neue Welt erschaffen. Also deswegen ist das alles sehr, sehr groß und die haben gearbeitet bei 50 Grad, bei 50 bis 60 Grad in der Sonne, in der Hitze und das 15 Stunden lang. Und da stirbst du. Das hält den Körper halt nicht aus. Ja. Sklavenarbeit. Bis zum Tod. Aber am Ende, Digga. Was meinst du mit gekauft? Naja, die haben die WM gekauft, dass sie in ihrem Land ihre WM machen können. Die haben FIFA-Funktionären Millionen Euro gegeben, Dollar gegeben und haben die WM legit gekauft. Sie haben sie einfach, sie haben sie einfach eingekauft und das ist natürlich Betrug und Bestechung und das ist gekauft. Nochmal, Katar, WM der Schande, Folge 1 bis Folge 4, Sportschau. Das, was Stace sagt. Leute, schaut euch WM der Schande an. Super, super interessant und es zeigt das Ausmaß der grausamen Sachen. Und schaut euch auch gern an, das ist aber schon Jahre her, mit jetzt weiß ich nicht mehr, wie er hieß. Plüm, mit Norbert Plüm. Der war einfach dort, wo die gehaust haben, die Sklaven, also wirklich, wo die Sklavenarbeiter gehaust haben, bei Bedingungen, das könnt ihr euch gar nicht ausmalen. Also grausamer geht es fast gar nicht. Am Ende, glaube ich, kann uns das niemand verübeln, wenn wir die Spiele gucken und es nicht bei boytokieren, boykotieren. Versteht ihr? Nein, das verstehe ich nicht. es ist halt auch nicht mehr lustig, ich sage euch ehrlich, ey, boytokieren, Leute, es geht nicht. Ey, das geht, das geht einfach, sorry, es geht einfach nicht. Das, das kann mir keiner erzählen, dass er boytokieren sagt. Das wird es ja wohl etwas daran ändern, wenn viele Menschen die WM boykotieren. Denn je weniger Zuschauer, umso weniger Werbeeinnahmen, umso weniger TV-Einnahmen. Man muss auch sagen, Katar schaltet gerade immens Werbung. Also ich kriege auf allen meinen Netzwerken irgendwo gerade so ein immer mal so ein bisschen reingekaufte Fußball-FIFA-Werbung. So von wegen, bald geht es los und so. Ja. Bald ist es so. Leute, ich bekomme gar keine, liegt vielleicht auch im Adblock irgendwo, aber ich bekomme keine Werbung von Katar. Also bekommst ihr Katar-Werbung? Gar nicht. Weit. Säure ich sagen. Ist schon ein bisschen unangenehm. Auf Reddit dauern, okay. Und ich bin, natürlich gucke ich mir die Scheiße nicht an, aber ich bin auch kein Fußballfan. Ich hoffe nur, dass die Fußballfans sich vielleicht diesbezüglich nochmal reflektieren und entscheiden, was sie machen. Ich denke nicht, dass man Monte umentscheiden lassen kann oder dass man Monte diesbezüglich irgendwie sagen kann, dass er es nicht macht. Ich glaube, Monte ist noch nicht so weit. Es ist schade, das zu sagen, aber ich glaube, Monte ist noch nicht so weit, obwohl er bei vielen Dingen weiter ist. Ich meine, er verzichtet jetzt auf, er verzichtet jetzt auf Großteile des Fleischkonsums, weil er mit Tierleid nicht mehr zurechtkommen kann und so weiter. Das sind alles schon sehr, sehr reflektierte Sachen, aber in diesem Fall ist er noch nicht so weit. Aber das sind halt auch ... Ich habe immer das Gefühl, man redet halt hier mit einem kleinen Kind. Ja, also in dem Moment ist er noch nicht so weit, aber toi, 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 wirklich, er kann sich da wirklich noch ganz groß dran bessern und sowas. Ja, toi, toi, toi. Aber erst mal beutukieren, Leute. Dinge, die einen vielleicht emotional betreffen, also Fußball kann ja schon eine Leidenschaft sein, die man vielleicht nicht abstellen kann. Ich kann das nicht sagen. Also für mich gibt es, ehrlich gesagt, nicht wirklich was sportarttechnisch, was ich jetzt nicht abschließen könnte, aber ich gucke halt auch viel zu wenig, ne? Und umso unlukrativer wird auch das Geschäft und die Organisatoren haben dann am Ende des Tages weniger eingenommen. Durch das Nicht-Einschalten bei der WM kann man sehr wohl etwas ändern. Zwar jetzt nicht speziell für diese WM, aber für kommende Sportveranstaltungen in der Zukunft. Ja, Monte ist 100% vegetarisch, ne? Also der isst schon seit Monaten keine tierischen Produkte oder zumindest keine Fleischprodukte und Fischprodukte. Zukunft. Wenn eben nicht, die Organisatoren merken, dass sich das gar nicht lohnt, eine WM in Katar auszutragen, dann werden diese Austragungsorte höchstwahrscheinlich auch in Zukunft gemieten. Das sagt er zumindest? Oh, komm. Oh Gott. Ja, lass uns, ähm, oh bitte, Chat, lass uns das doch nicht machen. Lass uns doch nicht machen. Lass uns da, also, come on. Also, Wolfpack grüßt dich. Ey, nur, das ist schwach. Was? Erwachsenen Mann, Alter. Okay, wir machen weiter. Keine Form. Und das, was Monte hierbei erzählt, könnte halt ernsthaft gedanklich von einem Jugendlichen stammen und nicht von einem erwachsenen Mann. Alter, ich bin enttäuscht. Er meinte ja nämlich, dass der eine Zuschauer mehr oder weniger ja eh nichts ausmacht. Doch, das ändert sehr wohl was. Gerade wir in der Demokratie sollten doch wissen, wie wichtig jede Stimme für das Volk ist. Genauso sollte man wissen, dass jeder Zuschauer, der die WM boykottiert, ein wichtiges Signal sendet, dass solche Veranstaltungen in Zukunft nicht mehr dort stattfinden. Das, was Monte hiermit eigentlich ausdrücken möchte, ist, dass es sowieso egal ist, ob man das schaut oder nicht, weil unsere Meinung, unsere Stimme, die zählt ohnehin nicht. Oh Gott, Alter. Oh Gott, ey. Und dieser Gedankengang ist super kritisch und halt auch einfach falsch, denn jeder kann dazu beitragen, dass solche Veranstaltungen in Zukunft nicht mehr dort stattfinden werden. Gehen wir jetzt aber mal über zu Orange und auch zu Skirros, die ich tatsächlich hierbei auch mal in Schutz nehmen muss, wenn das stimmt, was sie dort alles sagen. Denn Orange und Skirros werfen Montana Plek derzeit vor, dass Monte jetzt bin ich gespannt. Jetzt bin ich gespannt. Den Teil kenne ich nämlich auch noch nicht. Also das kann ich jetzt nur noch nicht, aber jetzt bin ich gespannt, was jetzt noch kommt. Bei dem ganzen Anfang habe ich davon verpasst. Ich habe dann erst später eingeschaltet. Tausende Euro gescammt hätte. Und so wie das aussieht, stimmt das sogar, denn sie können das mit mehreren Belegen zeigen, dass Monte ihnen Geld schuldet, beziehungsweise auch mal einen Gameboy schuldet, im Wert von vielen tausenden Euros. Beginnen wir aber hierbei chronologisch. Am 3. November verfasste Skirros folgenden Tweet. Wenn Montana Plek mir heute bis 20 Uhr sagen, nein, ich kenne natürlich mein Video, aber ich meine die Reaction. wenigstens. Scheinbar ließ Skirros Monte damals einen fünfstelligen Betrag, den Monte nie beglichen hatte. Und Orange antwortete darauf mit folgender Nachricht. Super, klinke mich direkt ein. Wenn Montana Black mir heute noch den Gameboy Color, den ich damals für 3.000 Euro gekauft habe, zuschickt, Nachweis geht ja easy, packe ich noch 3.000 Euro als Spende obendrauf. Also auch hier hat Monte scheinbar den versprochenen Gameboy, den Orange auch schon bezahlt hatte, ihm nicht zugesandt. Wisst ihr, an was mich das erinnert? Richtig, an den allerechten Hasen. Sag mir mal eine Sache, die Millionen kann man ja gerne aus dem Kinderzimmer machen. Wollte dich aber in Richtung Milliarden bewegen, da braucht ihr genau sowas hier, Freunde. Und es stimmt by the way auch, dass Orange und Monte genau diesen Deal ausgemacht haben, denn Monte sagte damals folgendes dazu. Unter uns jetzt, ich habe ja noch ein Pokémon, äh, 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 ein Gameboy Color, den er, den er ja von mir haben will, den er auch schon bezahlt hat. Digi. Ah! Bruder, aktuell hier mit Corona-Posten haben wir hier nicht zu gehen, da warten wir doch mal ein paar Monate. Was? Das ist die Hiesen! Ah! Jetzt den Gameboy nicht losschicken! Aber hey, Orange, Digi. Ich habe dir ein Bild geschickt, kannst du dir auch ausdrucken und deine Sammlung stellen. Der hat meinen Gameboy Color, den ich schon bezahlt habe vor Wochen, ganz easy. Immer noch nicht geschickt! Eine Hand wäscht die andere, so ist es. Also der Game... Sieht ja jetzt fast auf lustig gemacht aus, weiß ich jetzt nicht. Und aufgrund der Corona-Situation... Nein, es geht ja darum, das ist einfach nur die Bestätigung, dass, äh, dass dieser Deal existiert. Ja, also dass Orange wirklich diesen Gameboy gekauft hat. Dass das schon in festen... in festen Händen ist? Ich weiß es nicht. Situation nicht losgeschickt. By the way, das war im Mai 2021, als Orange Montana Black mehrfach schon darauf hingieß, dass er noch diesen Gameboy gerne halten würde. Wie traurig ist das bitte, dass man im Binnen... Das muss ewig her sein schon, ne? ...von einem anderthalben Jahr immer noch nichts dafür getan hat, dass dieser Gameboy losgeschickt wird. Als dann die Vorwürfe wirklich groß wurden zu Monte, wurden sämtliche Nachrichten in seinem Twitch-Chat einfach so gelöscht und teilweise wurden dort User gebannt, die darauf hinweisen wollten. Hmm. Uh, bad look, Alter. Warum denn für sowas so'n Scheiß? Und als Monte dann kurz auf dieses Thema einging, weil er eine Donation... Warte mal, hat er ihn... Hat Monte Orange gescammt, Alter? Mir wird das gerade erst bewusst. Hat er den einfach gescammt? Ja, das ist der Inhalt, ja. Was? Was für ne absurde Welt. Alter Schwede. ...bekommen hatte und jemand fragte ihn danach, sagte er folgendes dazu. Äh, Tonfisch mit dem 3M-Hunde, was ist los mit der aktuellen Skurs orange-morangische Thematik? Gar nichts, Digga. Alles entspannt. Kieskauer, grüß dich. Ich hab nichts mitbekommen, Digga. Schönen guten Tag, Montaner Blick. Meierheuer für Spiegeltor. Wo ist denn der, äh, wo ist denn der Game of Color? Gibt's nichts so zu sagen. Also nicht... Alter. Ey, ich weiß ja nicht, Digi. Ich weiß ja nicht, ob man das so abtun kann. Also... Junge, mach weiter, mein Standbild, Bro. Mein Standbild. Kannst du bitte aufhören? Mach doch weiter. Mr. Weggers, grüß dich. Hat er von Halin Bachmann. Ich denke, er hat von ApoRed genannt. Deutet darauf hin, dass er ganz genau weiß, von was da geredet wurde. Auch im Chat haben richtig viele darauf hingewiesen und darauf aufmerksam gemacht. Und wenn jeder Volldulli weiß, was Monte dort vorgeworfen wird, dann wird ja wohl Monte himself selbst wissen, was ihm vorgeworfen wird. Zumal er auch auf Twitter immer mal wieder aktiv war. Und jetzt mal Real Talk. Orange ist wirklich nicht mein Freund. Aber wenn ich etwas für 4000 Euro kaufe, dann möchte ich auch dieses Produkt erhalten. Und da ist es auch kackegal, ob... So ein unnötiger... So ein unnötiger Hustle. Ich glaube, das ist... Ich würde ihm da nicht mal was Böses unterstellen. Ich glaube, er ist einfach nur... Er hat es nur vollkommen verpeilt. Aber... So ein unnötiger... Naja, aber guck mal. Guck mal. Pass auf. Wir haben jetzt eine Liste bei Menschen, bei denen er es potenziell verpasst hat. Oder vielleicht verpeilt hat. Vielleicht bei 10 sind wir schon fast relativ safe. Aber wir haben eine Liste, die geht 20, 30 Zeilen lang. Wo potenziell es sein könnte, dass da was verpeilt wurde. Potenziell, ja. Wo wir aber auch noch nicht wissen. Es ist... Es ist nicht mehr nur Faulheit, ja. Oder ey, ich habe es mal verpasst und so. Es kann nicht mehr verpasst sein, wenn du... Wenn du bei so vielen Leuten das machst, dann ist es... Dann ist es fahrlässig oder dann ist es schon gewollt. Weiß ich nicht. Ist... Ist für mich... Ist für mich nicht, äh... Faulheit. Das ist für mich schon absichtlich. So ein unnötiger Hustle. Ob man mit Casino-Content sein Geld verdient hat oder mit anderen Methoden. Es geht hierbei ums Prinzip. Und wenn das hier alles stimmt, wie es dargestellt wurde, dann ist Monte hierbei ganz klar ein Scammer und kann sich gleich mit dem allerechten Unterhasen zusammentun. Richtig traurig sowas, muss man mal ehrlich sagen. Zumal nicht mal ein aufrichtiges Statement kommt, wenn man ihn darauf ansprach. Orange warf dann Monte außerdem vor, dass er auch Turnierpreisgelder nicht ausgezahlt habe. Und er zeigte dann noch einen Chat mit jemandem, der meinte, dass er auch etwas Versprochenes von Monte nicht erhalten habe. Also die Lage spitzt sich immer mehr... Ufff... Alter, what the fuck? Hä? Alter, also bei einer Sache war ich mir eigentlich relativ sicher, dass Monte Geld wie Heu anhäuft. Aber warum wird denn da so viel zurückgehalten? Ich persönlich muss einfach mal selbstreflektieren sagen, wir haben in der Vergangenheit auch schon oft Probleme gehabt. Oft Probleme gehabt mit Giveaways. Also vielleicht könnt ihr euch daran erinnern, es gibt hier Leute im Chat, die einfach sehr lange auf ihre Gewinne von unseren Partnern gewartet haben, weil das in der Verwaltung, in der Bürokratie einfach so ein nerviger Scheiß war. Und da gehen wir aber auch sehr, sehr, sehr offen mit um. Also da sage ich euch ganz ehrlich, die Leute haben sich hoffentlich immer aufgehoben gefühlt und haben immer mal eine Antwort bekommen, auch wenn es nervig ist oder wenn es ein bisschen länger dauert so. Also aber so beiseite schieben finde ich nicht korrekt. Also beiseite schieben finde ich nicht korrekt. Das ist äh dazu und wir sind auf jeden Fall gespannt, ob sich Monde noch dazu äußern wird. Denn als er schon damals mehrfach von Skurros und Orange darauf hingewiesen wurde, ihm das Geld wieder zu überweisen beziehungsweise auch diesen Gameboy zu schicken, wurden die beiden einfach von Montana Black höchstpersönlich geghostet und jetzt hat er Geld und Gegenstände, die ihm eigentlich gar nicht mehr gehören. Digga, Safecall, der hat das Ding zweimal verkauft. Boah, fuck. Was ist denn, der das zweimal verkauft hat? Boah, das ist ja krass. Stell dir mal vor, du hast ja auch den Überblick verloren, was du jetzt wie wohin sendest. Sendest vielleicht das Falsche oder verschickst es zweimal oder machst zweimal ein Giveaway mit dem gleichen Zeug. Scheiße. Alter, du ziehst halt einmal die Leute ab, bis zum geht nicht mehr. Das Problem ist, guck mal, das ist jetzt schon so unübersichtlich, wem er was schuldet, er weiß schon gar nicht mehr, wem er was schuldet. Wie viel Geld das ist, wie viele, dann geht es ja auch noch um, zum Beispiel, die wetten ja auch um Subs, ne, so Eli, ich weiß nicht, wer alles noch in dieser Gruppe miss ist, so Lucien und so weiter. Und da wurde auch schon gesagt, da hat sich Eli beschwert, dass Monte ja so jemand ist, der nie Subs, der ist so der Einzige, der nie Subs raushaut oder so, oder der ein richtiger Geier ist, was das angeht. Ne? Sehr schade auf jeden Fall. Man kann nur hoffen, dass das Ganze ein sehr schlechter Scherz ist, aber ich glaube jetzt einfach mal, beim besten Willen nicht daran, dass das ein Spaß ist, weil ich konnte nirgends irgendwo Ironie oder Sarkasmus erkennen. Ach komm, mach mal da Keutum, Digga, Schmutz. Scheiß drauf. Ja, das ist natürlich, das ist natürlich, das ist natürlich, das ist natürlich etwas, wo man drüber nachdenken sollte, den Kanal zu boytokieren, ne, also das ist, boytokieren, Leute. Hier ist der Link dazu, Komm Stay, hau nochmal auf die Kacke. Sag mal nochmal was, nochmal was. Mal ein Statement setzen. Mal ein dickes Statement setzen, Stay. Wegtäubungtieren. Also, also ich weiß nicht wirklich, ich weiß nicht wirklich, wo das herkommt. Aber was, nicht mich boytokieren, ey, Kevin, erstmal sorry, dass ich das Video so früh geguckt habe. Ja, hier habe ich reingeschrieben, hier habe ich noch reingeschrieben. Ne. Kannst du den Videotitel zeigen, das ist kein, das ist das Archiv von Stay. Eigentlich war ich 24 Stunden, damit sich die volle Kraft auf deinen Videos entfalten kann. Ich hoffe trotzdem, dass die Leute im Chat jetzt gerade mal auf das Video gehen und hier mal ein Like da lassen, weil sie sich gerade bei mir angeguckt haben, damit die Klicks trotzdem irgendwo rüber schwirren. Ne. Also, gerne, gerne da noch den Support da lassen, woher ich es gestohlen habe. Das Thema hat mich allerdings wirklich sehr interessiert. Also, hat mich wirklich sehr interessiert. Deswegen habe ich es jetzt einfach mal vorweggenommen. Ich hoffe, du nimmst mir das nicht übel. Doch, ich nehme es dir sehr übel. Ich habe da wirklich drauf zu achten. Weil ich ja weiß, dass der... Hey, ich habe damit nie ein Problem, wenn jemand auf meinen Content direkt reagiert. Naja, er muss es ja nicht direkt hochladen, aber er kann da drauf reagieren. Das ist ja gar kein Problem. YouTube-Algorithmus manchmal wirklich eine Bitch sein kann. Deswegen, deswegen, I don't know. Nein, Kieskauer ist ein guter Parallelskorpion. Brauchst keine, die Gedanken machen, ja. Also, ich weiß nicht. Auch wenn er mit Monte wahrscheinlich nicht in Kontakt hat. Also, ich stehe da so ein bisschen bei der Kevin-Thematik, die Kevin-Position, der sagt, Alter, ich habe keine Ahnung, in die Bresche springen für Orange, Morange und für Skoros muss man jetzt eigentlich nicht. Dafür sind das einfach, also dafür sind das einfach wirklich ein bisschen moralisch fragwürdige Menschen. Das will man eigentlich nicht unterstützen. Ich verstehe nur nicht, ich kann nicht verstehen, dass die teilweise so kredibile Punkte haben, die sie dann doch, die sie dann doch von Monte fördern können. Also, ja. Und nachdem Orange scheinbar, also so wurde es mir vorhin im Chat zugetragen, nachdem Orange scheinbar gemeint hat, er wird jetzt jeden Tag Dinge leaken über Monte, solange er nicht diesen Gameboy erhält oder Geld oder was weiß ich oder das Gespräch nicht erhält. als das irgendwie gesagt wurde, hat Monte scheinbar, so wie es mir zugetragen wurde, dann auf einmal das Gespräch gesucht und das geklärt mit Orange. Auch spannend. Auch spannend. Naja, Kieskauer, ja, vielleicht in der Hinsicht ist das geklärt, aber es ist noch so viel bei rumgekommen oder bei rausgekommen, wie viele Leute noch involviert sind in der ganzen Sache. Schwierig. Was soll denn das? Also das ist, das muss schon aufgeklärt werden. Das muss schon aufgeklärt werden. Ich bin der Meinung, dass man das aufklären muss. Und wenn das im Hintergrund aufgeklärt wird, was ich mir hoffe, dass da einfach die Sachen jetzt rausgeschickt werden oder dass das Geld Nee, so wie ein sehr hat sich mittlerweile dazu anders geäußert. Das dauert, das ist zu lange. Das dauert zu lange. Das dauert einfach viel zu lange. Das ist nicht, das ist nicht die feine Englische, ne? Das ist nicht die feine Englische, da hat er recht. Hm. Das ist nicht die feine Englische. Mal gucken, wie sich das weiterentwickelt. Wenn sich das weiterentwickelt, muss man dazu sagen, ne? Falls sich das weiterentwickeln sollte, werden wir da auf jeden Fall nochmal hinterher gehen. Mittelschicht in der Krise. Okay. Ja gut, das war's. Das war's mit der Reaction. Sehr spannend, auf jeden Fall mal so zu sehen, was Stay dazu sagt. Hat meistens tatsächlich ähnliche Meinungen wie ich. Also wir sind relativ oft auf dem Gemeinsamen. Und dann noch.